Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer alles gehe, dass ich immer an meine Grenzen gehe und auch körperlich wirklich bis zum Schluss versuche, komplett durchzuziehen. Zu sehen, dass man da einfach über sich selber so hinauswächst und dann eben Dinge, wo man selber skeptisch war, ob man das schafft, dann aber tatsächlich schafft. Das ist eben das, was mich dann auch so an mir selber oft überrascht, dass man sieht, wozu man eigentlich imstande sein kann. Mein Name ist Rees Hofmann und ich bin Kettensägenschnitzerin. Der Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte mit der Kettensäge Skulpturen machen, das hat eigentlich so angefangen, dass ich vorher kleine Figuren für meine Kinder mit der Hand geschnitzt habe. Auf einer Veranstaltung habe ich dann mal zwei Kettensägenschnitzer gesehen und ich war so geflasht, fasziniert, was da möglich ist. Die Dimensionen, einfach diese Größe von Baumstämmen und dann die Geschwindigkeit. Auch die Motorengeräusche, dieses Kraftvolle, dieses Biestige und mit so einem, ja, eigentlich brachialen Werkzeug dann doch so gekonnt vorzugehen und so filigran auch arbeiten zu können, also das hat mich total geflasht. Also da bin ich heimgerannt, da hat mein Mann gepackt, der hat gesagt, ich brauche eine Kettensäge unbedingt, ja. Und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen. Dann kamen die ersten Aufträge, das erste Showsägen, man kriegt verschiedene Objekte, die man zu machen hat und lernt da einfach bei jeder Figur neu dazu. Und da habe ich dann eigentlich relativ schnell den Entschluss gefasst, da richtig voll einzusteigen und habe dann einfach Gas gegeben. Für die Männer war es am Anfang schon so, man wird als Frau immer erstmal beäugelt und dass sie erstmal gucken, ja erstmal gucken, was kann sie denn überhaupt so. Aber das hat sich ganz schnell gelegt. Die bis jetzt mit größter Wertschätzung war natürlich der Titel Deutsche Meisterin. Die erste deutsche Speedcrawling-Meisterin ist uns in Nesi. Ein Riesenapplaus für Rees Hofmann. Ich habe geheult auf der Bühne, ich habe einfach nur geheult. Es sind die Tränen davon geflossen, weil es ist schon starke Konkurrenz. Mich hat das Ganze gelehrt, dass man einfach durchhalten muss an Dingen, die man glaubt oder an die Leidenschaft, die man hat. Also die Skulpturen, die wir arbeiten, fängt man natürlich erstmal an mit einer größtmöglichen Kettensäge. Je nachdem, wie groß der Stamm ist, fängt man mit einem großen Schwert an und einer großen Säge und arbeitet sich dann Stück für Stück auf immer kleinere Maschinen runter. Und dann steht man vor der Entscheidung, möchte man eine reine Kettensägekunst, dann schleift man es höchstens noch mit einer Flex oder irgendwas ab. Und wenn man aber über den Punkt hinausgehen möchte, also gerade bei Gesichtern, Augenpartien, dann fängt natürlich die Feinarbeit an mit verschiedenen anderen Werkzeugen. In jeder Skulptur steckt ein Stück von meiner Seele, definitiv. Also ich versuche da auch immer ein Stück weit Emotionen der Figur von mir auch abzugeben oder mitzugeben. Ja, das Schöne ist halt, dass man dem Baum einfach nochmal ein zweites Leben geben kann. Also ich habe auch viele Hölzer, die gefällt werden mussten, was einfach definitiv viel zu schade ist zum Verbrennen und somit halt auch daraus einfach nochmal was Neues entstehen kann. Also der einfachere Weg kommt für mich meistens nicht in Frage. Ich bin tatsächlich der Typ, wo immer er die Herausforderung sucht. Das ist das Schnellschnitzen mit der Kettensäge. Speedcarving heißt, in kürzester Zeit eine Skulptur so sauber und schön und toll wie möglich zu erschaffen. Man darf nicht lange überlegen, man muss genau wissen, wo und wie man schneidet. Man muss sich jeden Schnitt einsparen, der unnötig ist oder doppelt geschnitten ist. Also die Geschwindigkeit ist das A und O. Es braucht schon sehr viel Übung und Zeit und Erfahrung, um so ein brachiales Werkzeug, sag ich mal, gerade mit der Spitze, dann so ruhig zu halten oder filigran damit arbeiten zu können. Übung macht den Meister, so wie man immer sagt. Der eigenen Leidenschaft sollte man immer folgen. Und ich sag mal, wenn man das tut, was einem selber gut tut, dann kann es auch nur gut werden. Sowohl für die Seele, auch für das Projekt, was bei rauskommt, sag ich mal, ist das ein Kreislauf. Man darf sich nicht entmutigen lassen, auch von Rückschlägen oder darf auch nicht so sehr an sich selber zweifeln, sondern einfach machen. Diese Ideen, die man hat, umsetzen. Und auch nicht lange drum herum überlegen, sondern einfach anfangen. Der Rest kommt dann meistens von alleine. Untertitelung des ZDF für funk, 2017